Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Der Bitcoin-Preis hat die 37.000 US-Dollar-Marke geknackt. Wir haben gestern noch im Video über die Formation gesprochen, die aktuell im Chart vorherrschte. Da haben wir genau das Ziel jetzt erreicht. Werden wir gleich mal ein Update zu uns anschauen im Chart. Zudem gibt es auch bei den Institutionellen interessante Entwicklungen, haben wir auch schon gestern darüber gesprochen, dass Guggenheim möglicherweise gestern bzw. vorgestern 450 Millionen US-Dollar investiert hat. Und ich werde euch zeigen, wie diese Institutionellen versuchen, aktiv Einfluss auf den Preis zu nehmen. Das ist wirklich spannend und auch eine sehr spannende News aus Miami bezüglich Bitcoin. Und auch bei Ethereum läuft es ziemlich gut. Ethereum hat wieder ein neues Allzeithoch hingelegt. Bei 1640 Dollar waren wir da inzwischen. Werden wir uns auch mal gleich im Chart anschauen. Falls dir das Video gefällt, dann lass gerne einen Daumen nach oben da. Das hilft mir wirklich sehr. Ansonsten jetzt viel Spaß mit dem Video. Starten wir zunächst mit der Marktübersicht. Wir sind 115 Milliarden US-Dollar, über der 1 Billion US-Dollar Marke mit der Marktkapitalisierung heute. Und die Bitcoin-Dominanz liegt bei 61,7%. Der Bitcoin noch mal fast 6% hinzugewonnen bei knapp 37.000 US-Dollar. Ethereum knapp 10% im Plus über 1600 Dollar. Und der Markt an sich im Großen und Ganzen im grünen Bereich. Sehr viele Altcoins können da hervorstechen, wie zum Beispiel Polkadot mit 17% im Plus bei knapp 20 Dollar. Also der Markt ist wieder in einem sehr guten Aufschwung. Vor allem auch die Altcoins natürlich, wo jetzt auch der Bitcoin in Richtung 37.000 US-Dollar gelaufen ist. Bei Ethereum hatte ich euch mal diesen Chart vor ein, zwei Wochen gezeigt, wo wir hier um den Dreh waren. Und was da jetzt passiert ist, wir haben natürlich das Allzeithoch gebrochen. Wir sind erstmal nicht über diese Trendlinie nachhaltig kommen können. Und jetzt haben wir heute das ganze ausgebrochen, neues Allzeithoch hier gebildet bei 1640 Dollar. Und was interessant ist, was man beachten kann, ist, dass wir zum Beispiel bei Grayscale zwischen dem 10. Dezember bis 1. Februar keine neuen Inflows zum Grayscale Ethereum Trust hatten, weil sie da die Toren geschlossen hatten für Ethereum Investoren. Haben sie jetzt wieder geöffnet und jetzt fängt auch bei Grayscale das Akkumulieren wieder an, was Ethereum angeht, in den Trust rein. Das heißt, hier könnte auch nochmal eine neue Nachfrage entstehen und dadurch auch nochmal der Preis zusätzlich in die Höhe getrieben werden. Gestern haben wir noch über Guggenheim gesprochen. Die sind ja seit dem 1. Februar in der Lage, über den Grayscale Bitcoin Trust in Bitcoin zu investieren. Dafür hatten sie Ende November einen Antrag bei der SEC gestellt. Der ist ab dem 1. Februar jetzt gültig. Und was wir gesehen haben, nur mal kurz als Zusammenfassung ist, dass wir auf Coinbase genau an diesem Tag einen sehr großen Outflow gesehen haben. Und Grayscale operiert auch über Coinbase OTC und 450 Millionen wurden da halt rausgezahlt. Und da war halt die Spekulation, ob denn das nicht Guggenheim sein könnte. Und was wir jetzt zusätzlich gesehen haben in dieser ganzen Zeitspanne, ich habe das mal hier in einem Tweet zusammengefasst, was Guggenheim jetzt gemacht hat, ist, im Dezember haben sie eine 400.000 US-Dollar Prognose gegeben. Und dann im Januar, also wo sie noch nicht investieren konnten und der Preis wirklich durch die Decke gegangen sind, wir haben das Allzeithoch erreicht, haben sie gesagt, ja, es ist jetzt ganz schön überkauft. Wir sehen jetzt hier kein Upward Potential mehr. Wir denken nicht mehr, dass es hoch geht. Ja, wir denken jetzt wird es wahrscheinlich auf 20.000 US-Dollar wieder fallen. Kann man vielleicht vermuten oder die Behauptung in den Raum stellen, dass sie das gemacht haben, vielleicht damit der Preis runter geht, damit sie am 1. Februar natürlich billiger einkaufen können. Und nachdem wir diese Transaktion von Coinbase gesehen haben und ich euch das gestern gezeigt habe, gab es jetzt ein neues Interview, wo der CEO nochmal über Bitcoin gesprochen hat. Und jetzt hat er eine neue Prognose auf Lager und zwar sagt er, jetzt könnte der Bitcoin auf 600.000 Dollar steigen. Das scheint mir wirklich so, als hätten sie ihre Taschen gefüllt und wollen jetzt den Bitcoin-Preis nach oben treiben mit dieser Prognose. Im Endeffekt hatten sie so oder so keinen Einfluss auf den Bitcoin-Preis, auch mit ihren Prognosen nicht. Aber ich finde das ziemlich interessant, wie hier die Meinungen sich ja unterscheiden. Natürlich kann der eine oder andere jetzt sagen, ja, diese Prognose war aber vielleicht kurzfristig. Aber das Timing ist schon sehr auffällig und wenn wir uns hier nochmal die Chronologie angucken, also diese 400.000 Prognose erstmal, dann, dass sie sagen, dass es auf 20.000 US-Dollar fallen soll und dann nochmal zusätzlich nochmal eine News, wo sie sagen, wir glauben nicht, dass er nachhaltig über 30.000 US-Dollar bleiben wird und wir sind schon über einen Monat jetzt über 30.000 US-Dollar und dann mit der Coinbase-Transaktion und einen Tag später dann noch das Interview mit 600.000 US-Dollar. Da kann jeder seine Meinung machen. Beweise gibt es dafür immer natürlich nicht. Aber wenn man diese Zusammenhänge sieht, kann man sich ja seine Gedanken selber machen. Gerade jetzt in diesem Moment läuft ja das MicroStrategy-Event, wo ich diese Aufnahmen mache. Ich habe gerade mal ein bisschen reingeschaltet. Da hat Ross Stevens, der CEO von NYDIG und von Stonebridge gesprochen und hat hier auch zum Beispiel gesagt, dass inzwischen Versicherungsunternehmen 500 Millionen in Bitcoin investiert haben über NYDIG und Stonebridge selber, also das Dachunternehmen davon, ist ja auch sehr stark in Bitcoin investiert. Das seht ihr hier unten mit inzwischen über 400 Millionen US-Dollar, 10.889 Bitcoin besitzen sie. Also ähnlich wie MicroStrategy, natürlich nicht in der Größenordnung, aber sie halten ihre Cash-Reserven in Bitcoin. Das hat er nochmal ganz klar gesagt, im großen Teil sogar davon. Und wir sehen hier, dass auch vor allem Versicherungsunternehmen jetzt hier auch hinzukommen und Interesse in Bitcoin haben. Und ich habe das ja auch in der Vergangenheit immer wieder gesagt, MicroStrategy wird nicht der Einzige bleiben. Da werden sehr viele folgen und vor allem, wenn es auch gut läuft und vor allem mit diesen Events jetzt, wo MicroStrategy das Ganze nochmal aufbröselt und sagt, wie kann man überhaupt investieren, welche rechtlichen Sachen sind zu beachten, welche Erfahrungen haben wir gemacht. Da werden natürlich auch große Höhen für Unternehmen rausgenommen, wenn sie natürlich von diesen Erfahrungen von MicroStrategy und Co. lernen können. Und das könnte zur Folge haben, dass in großen Stile irgendwann Unternehmen noch hinzukommen. Dann haben wir vielleicht so ein Marktumfeld, wo das gar nicht mehr eine Meldung wert ist, wenn ein Unternehmen in Bitcoin investiert, wenn es einfach ein Normalfall ist. Und das wäre natürlich sehr sinnvoll. In Miami, das hatte ich auch schon vor ein paar Wochen euch mal gesagt gehabt, als der Bürgermeister von Miami gesagt hat, dass er sehr offen dafür ist, dass man ja die Gelder von der Stadt in Bitcoin investiert, ein Teil davon. Er möchte Innovationen in Miami fördern und wäre offen da gegenüber. Und jetzt sehen wir einen neuen Vorschlag. Er möchte, dass die Mitarbeiter der Stadt die Möglichkeit haben, in Bitcoin zu investieren. Und das ist wirklich sehr, sehr spannend, wie ich finde, wenn auch noch Städte anfangen, zum Beispiel Bitcoin zu halten oder auch ihre Mitarbeiter in Bitcoin zu bezahlen, beziehungsweise diese Möglichkeit dann auch zu geben. Das würde natürlich auch nochmal ein komplett anderes Bild oder ein anderes Licht auf Bitcoin werfen, wenn offiziell Städte dann auch noch mitspielen in diesem Markt. Wir haben ja zum Beispiel auch vor ein, zwei Wochen gesehen, dass Miami zum Beispiel, das ist hier der Bürgermeister, er hat zum Beispiel das jetzt initiiert, beziehungsweise war der Stoßgeber jetzt an diese ganze Entwicklung auf der Miami-Seite, auf der Homepage gibt es jetzt zum Beispiel auch das Bitcoin-White-Paper. Und das ist, finde ich, wirklich sehr cool, dass das auch dort verbreitet wird, dass hier Politiker sich einsetzen. Und wenn wir uns mal überlegen, was aktuell in den Staaten los ist und wie hier in Deutschland zum Beispiel geschlafen wird bei diesem Thema, dann muss man sich die Frage stellen, wo das enden wird, vor allem dann auch für die deutsche Innovationskraft vielleicht dann auch in diesem Bereich, weil die amerikanischen Unternehmen sind wirklich meilenweit aktuell voraus, meiner Meinung nach. Die haben große Exchanges, die haben große Player, die haben große Unternehmen schon, die in Bitcoin investiert haben, die Erfahrungen damit haben. Und hier in Deutschland wird meiner Meinung nach großflächig einfach nur geschlafen. Kommen wir jetzt zum Bitcoin-Chart, da habe ich ein Update für euch. Da haben wir noch gestern über die Inverse Head & Shoulders Formation gesprochen und da hatte ich euch ja mit der Neckline zusammen ein Preistarget genannt, weil vor allem auch hier mit dem Breakout und dem Retest das sehr gut aussah zu diesem Zeitpunkt. Das war noch nicht bestätigt, meiner Meinung nach. Aber was jetzt passiert ist mit dem Target, wir haben hier 37.200 Dollar um den Dreh gehabt hier als Ziel. Ich habe das mal hier erneut hier angelegt bzw. das obere gar nicht mehr bewegt bzw. es kommt ja eh immer das Gleiche raus, wenn man das hier von der Neckline hier anlegt und das nochmal nach oben projiziert, dann kriegen wir dieses Ergebnis raus. Und was wir sehr schön sehen können, ist, dass wir es anscheinend viele Trader auf dem Schirm hatten. Wir sind hier genau auf 37.200 Dollar gelaufen, punktgenau, wenn man das hier sich anschaut und sind jetzt aktuell abgeprallt. In der ersten Stundenkerze sind wir nicht drüber gekommen und auch bei der zweiten nicht wirklich und jetzt die dritte ist aktuell im roten Bereich. Ob wir drüber kommen, müssen wir natürlich abwarten. Aber diese Formation hat sich komplett so abgespielt und hat hier das Ziel perfekt getroffen. Die Frage wird sein, wenn wir hier rüber kommen, dann ist hier eine Trendlinie, die ich mal eingezeichnet habe und zwar vom Allzeithoch zu diesem Hoch, wo wir nach Elon Musks Pump, nachdem er Hashtag Bitcoin in seine Twitter-Bio geschrieben hat, hochgelaufen sind. Wenn wir diese zwei Berührungspunkte nehmen, könnten wir hier eine Trendlinie sehen. Natürlich nicht wirklich sehr valide, weil es nur zwei Berührungspunkte sind. Aber falls wir jetzt hier rausbrechen, wäre das natürlich der nächste Punkt. Zumal wir hier Mitte Januar zwei Punkte hatten, ein Double Top und das würde ja optimal hier reinpassen. Das heißt, wenn wir hier rüber kommen, wäre das mein nächster Widerstandsbereich hier um den Dreh bei 38.000 US-Dollar. Und wenn wir darüber kommen, dann kann natürlich dann wieder die 40.000 US-Dollar dann auch wieder angegriffen werden. Das ist der aktuelle Stand zum Bitcoin-Preis. Ich hoffe, einige von euch konnten vielleicht diesen Trade mitnehmen. Das bedeutet natürlich nicht, dass ich jetzt hier beim nächsten Mal auch das Ziel treffen muss, das immer natürlich im Hinterkopf behalten bitte. Aber das hat sich wirklich perfekt rausgespielt, bzw. hat sich perfekt hier entwickelt, das Ziel getroffen. Aktuell sind wir nicht über dieses Ziel rausgekommen. Müssen wir mal abwarten, wie es dann vorangeht. Die Altcoins sehen natürlich aktuell auch sehr gut aus. Wir haben ja gerade schon über Ethereum gesprochen. Aber solange der Bitcoin hier peu a peu weiter steigt, bin ich mal gespannt, wie weit dann der nächste hoch dann auch liegen wird.